Der russische Autor Mikhail Donenkov war am vergangenen Wochenende zu Gast an der neuen Bühne Senftenberg. Er besuchte die Proben zu seinem Theaterstück Utopia, dessen deutschsprachige Erstauführung am 30. September stattfinden soll. Im Rahmen des ersten Festspiel Senftenberg im alten Zechenhaus in Brieske wird das Stück achtmal aufgeführt werden. Utopia wurde 2019 mit dem renommierten russischen Theaterpreis Goldene Maske ausgezeichnet. Der Autor selbst ist einer der wichtigsten und kritischsten Stimmen seiner Generation. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges Ende Februar setzte er sich zusammen mit anderen Kulturschaffenden für ein baldiges Ende ein. Aufgrund der politischen Entwicklungen in seiner Heimat befindet sich der Autor derzeit mit seiner Familie im Exil in Finnland. Seit seinem öffentlichen Auftreten gegen Russlands Angriff auf die Ukraine sind seine Theaterstücke in Russland verboten.